josef hat auch ein cowboy hut ja oder gefunden mit einem stück holz zusammen auf der straße ja und der autobatterie und er hat alles mitgebracht naja wer hat nicht er kann so einfach ist es vielleicht kommen uns mal in den bildern der monja über die büten auch mir noch mehr holz über unendlich ich glaube ich muss jetzt erst mal ein einsuchen wo ist denn der lukas kann sie mir dann vielleicht mal so einen trank machen dass ich hier nicht mehr alles grün sehe ich kann den nicht machen wie öfter noch ich habe gedacht du kannst du tränke und heilung machen ja aber nur die septische verbände absolute nulllösung ist alles für was spielst du überhaupt mit ich brauche ein mensch eigentlich bist du unser druide der hier unsere zaubertränke macht warum fehlen hier zu das stück hier war doch drüber auch schon ein holz oder nicht ja das habe ich umgebaut damit man hier wieder reinkommt da muss ich jetzt mal noch ein kleines bauen und oder warte mal ich probiere ich habe mir noch irgendwo so einen blauen pilz ja eben sollst du mal gucken ne glaubt nicht aber unten im bunker antiret mushroom ich habe noch einen ich use den jetzt mal das hat doch ja geil es geht runter rein dazu aber es funktioniert doch sehr geil jetzt bin ich wieder bei null das geht quasi einfach so yes einmal frei sagen wir warum baust du ja eigentlich immer höher ich will ich baue jetzt hier eine große jetzt hier einmal zurück noch dass man dann hier eine treppe rein braucht und dann hat man vier nebeneinander das ist der plan aber es wird nicht funktionieren so schweig wie es ist suchte zumal das wäre geil wenn du das jetzt wieder vorne ein paar ist und dann hier einfach das ganze ding nach vorne runter ja das habe ich mir auch schon gedacht ich mache wieder ein paar lambors wo du es nur die hin ich gucke jetzt einfach mal hier runter ob das schwein wieder hier unten ist du machst ja eh was du willst was soll ich sonst machen holz das ganze dann am dunkeln machen wenn es ganz dunkel ist gehen ja mal noch ein schwein gucken an der sticks sind könnte ich ja gleich mal noch ein bisschen sticks mit suchen da meld auch nehmen no space warum habe ich denn kein platz noch müsste ich platz haben josef brauchst du eigentlich mal was zu essen oder so ja doch schreck ich mache mein schweine lock ruf gut ich habe noch 75 prozent aber ich komme hier nicht weg also ich hänge jetzt hier so in so felsen drinne also auf so einem fels vorsprung es kann sein dass ich jetzt hier abgehe und dann wo ist das denn josef dann hast du ganz viele klamotten klein in der letzten folge in der letzten folge bin ich ein meter runter gefallen und dann hatte ich bloß noch 14 lebendigkeit das leitet jetzt hier ganz smooth scheint zu funktionieren erst macht er uns hoffnung dass er tot ist und dann ich habe noch 27 ne also ich muss sagen hier ist es nettes schwein ich bin ja mal rein bringen sie mal rein ach so weil ich super voll bin deswegen haben wir noch also im inventory hat ob wir noch hier solche mushrooms in der kiste haben ich habe keine in der kiste weil man die art teil übereinander tun kann und ich habe hier noch ja fünf stück ja ich bin dort und wenn du drüber fährst überein oder hast jetzt kann doch ich habe noch von den leuchtenden roten 4 und von den leuchtenden roten 3 ja da weiß ich nicht was die anderen sind das eines healing die brauche ich zum für die einen bandagen hier josef wie bist du da hochgekommen rechts und ja alles ok alles klar und hier liegt ganz viel lamborg das ist natürlich ich wollte hier mal noch heute kräfte hochlaufen mit einmal entsteht eine plattform genau in meinem kopf da ist ja nicht her warum passt hier nicht her ich schlippe aus recht hier so ja von hier geht's alles klar brauche von euch jemand zufällig irgendwie trinkflaschen oder sowas da ist sowas ja der josef seine habe ich nicht mitgebracht guckt euch noch mal an wie groß der raum hier oben ist und das geht ab ja dann müssen wir leider hin wollen hier josef wo bist du warten sie bitte hier josef wo bist du danke stück also ich hatte die alle hier mitgenommen um die voll zu machen ich habe noch haufen weiß achten wir hier zu fünf stück besser ist alter der halber alles hallo mal klar auf dein leben du musst ein bisschen drüber gucken ja das ist hier in der in der bude was aufnehmen das ist irgendwie ziemlich bescheiden ich habe ja auch noch mal sind da ich trinke kann ich nie an leidern leidern ich habe hier ein und ich habe ja in den wundflur panel auf ja schmeiß einfach wieder hin das ist natürlich auch geil das bier hier die beschreibung in reis wo und biertel crack open with the boys schönes bier das trinke ich jetzt mal mal gucken was passiert der panel alter ich glaube jetzt ist alles wo ist denn das also dafür gebraucht ein extra panel was sind die scheiße ja aber das sind alles wood floor und ich brauche jetzt ein wood stair und dann gibt es noch wood ramp und wood wall das wissen wir doch hier kommt man feinheit hoch das ist scheiße gebaut ja weiß äh bist du oben hochgesprungen mit mit sprinten und ich bin tot der drüben flackert schon wieder ich glaube wir schießen da jetzt immerhin besser ist doch und ich bin tot wirklich nein ich habe geschossen ich habe mal drüben auf das lager geschossen mal gucken was passiert josef gibt nur so zeichen das sieht fast so bescheiden aus was das hier gebaut ist hallo ist es die einzige möglichkeit das ist funktioniert aber von daher wollen wir uns nicht beschweren aber baust du jetzt hier mal noch ein bisschen was drum aber auch ein verbautes ding ich oder regen wir uns hier nicht auf oder können wir dann ein teil hier davon am boden raus machen dass wir da noch eine treppe nach unten bauen können das ist ja nicht die forest hier ist das bauen ein bisschen schwieriger du kannst da einfach mal ein bisschen mühe geben und nicht aber so negativ sein und dann klappt das auch ich habe mich gerade weg gemacht ja ich stein kleines nein bleiben will so quer gesperrt eine hütte ist beiden nach hinten alle man noch zu sein lukas da fällt mir ein wir hatten jetzt ja eigentlich dieses hier schild hier hingebaut war ich das oder warst du das du glaube ich ja ich hatte ja noch unten das ich konnte ja nicht weil ich noch unten das hatte guckst du dann mal ob du hier dann in der nähe irgendwo anders und schild hin bauen kannst dass man da dann mal noch wenigstens eine kiste oder irgendwas das mal probieren da mal noch eine kiste zu bauen oder das war das also ich höre nichts mehr ich glaube der josef ist dort der steht hier so rum das ist ja okay wenn der jetzt so ein headshot kriegt das geht halt ich denke das ist unser lager ne aber von drüben oder so du stehst du so weit vorne ja bin ja gerade drüber du brauchst mal jemand was zu essen ich bin nämlich voll mit konserven ich kann mich fast gar nichts drogen der josef denke ich mal naja da warten wir mal ab der noch wieder kommt ne aber der ist jetzt quasi nicht da gut so waltz 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 alter drei was rum ja da drüben den habe ich aber nicht gefunden der ist dann der war immer noch da also da keine ahnung wo der sein soll ich suche den kriegel neu ist und wird ist waren die richtig im wald das klingt doch komisches kinder schon fast nicht wie ein zombie wo war da also ein hund ich habe jetzt keine lust im dunkeln jetzt da in die welt reinzugehen ja ja das machst du richtig wenn hier jemand mit dem sniper gewehr steht ich könnte jetzt so schön weg schießen es hat ja auch mal so ein bisschen so kurz und denkt naja kommt als spaß macht das mal hat er nicht zu verlieren muss halt bloß wieder herlaufen nicht machen sonst bringt er wieder autobatrie mit in jedem meiner feldzüge bringt das habt ihr davon wenn das ja nicht schön ist dann weiß ich auch nicht ich warte halt nur auf den moment bis die ganze sache einfach umkippt bergminder macht ja ich bin jetzt mit euch beiden drauf jetzt zusammen schwapp und weil wir nicht rauskommen weil zugesperrt ist ja genau wir kommen eines tages einfach mal auf den server und alles liegt am berg ja ich brauche holz leute josef brauchst du was zu essen oder sind die hand jede menge ich habe ein bisschen holz weil mehr konnte ich dann nicht tragen ich habe 5 und 2 ich habe gerade vorst danke ok haben wir da drin eigentlich auch noch unbenutzte waffen oder sowas mit munition eine kleine oder irgendwie sowas ich habe hier ja jede menge munition hingekracht die ich auch letzten feldzug mitgebracht habe ist da aufnehmen äh was brauche ich 5 56 oder sowas ich brauche nur zu ja 50 brauche ich ach das macht es hier nirgends wo sie bei dem Scheißding ist da immer aus dem munition raus ist doch irgendwo 5 5 6 oder 5 6 warum schleichende munition ist natürlich auch so doof gemacht dass du dann nicht einfach da hingehen kannst dann ist inventory öffnen und dann zieht siehst was auf dem boden liegt das ist halt ganz in echt dabei nicht machen ja das ist aber so allgemein was auf dem boden liegt das ding eingepackt das ist doch nicht der ernst was legst du den scheiß auf dem boden dass man das nicht hochnehmen kann wie kommt man auf die idee das ding abzubauen ich habe das eine zwei ich da nichts trinken konnte weil das fest war dann macht man doch nicht das ding dann tut man das ding nicht abbauen mein alter was was denn ich guck mal wie das hier aussieht jetzt hau halt mal ab hier das ding und die dinger sind halt hier runtergerutscht die drei stück guck mal hier hinten passt auch nichts mehr oben die ganzen einzelnen teile passen nicht die ganzen plattformen hier oben als alles verschoben ich finde so sieht zeit aus wie kunst oh man ich krieg hier die macke die können wir hier alles abbauen und noch einmal neu aufbauen ich würd sagen die unterste bodenplatte die passt noch oder ja bei allem jetzt das ist klar warte mal ich komm mal runter dieses niedliche loch was hier an der seite ist naja da kann man wenigstens durch der fluchtweg ist das naja da könnt ihr jetzt mal schön hier anfangen die sachen auseinanderzunehmen und ihr trauen irgendwie zu sortieren bis auf die eine plattform die lasst man natürlich wirklich so stehen okay aber wo ist das dinge zu hin habe ich das jetzt im inventar nee nee das ist bestimmt irgendwo abgegangen also bitte runter ja das liegt hier unten drunter will jetzt mal jemand was zu fressen ich kann nämlich so nichts mehr aufnehmen weil ich zu viel essen dabei habe warten sie mal was fresse ich das jetzt einfach alles auf jose bist du bei 100 26 geht noch mal zu sein die der hat zu viel essen sonst frisst er das jetzt ohne grund das sind nicht die pilze hier was nicht für was die sind achtung herkommen nein hier zum sandy das wollte alles immer runter da musste schnell sein naja das ist doch josef halt mal nett ich sammels mal ein bevor es hier gibt es ja nicht mal eine gerade fläche wo man das hinschmeißen kann das glaube ich nix gerade hier kommen wir mit ab und habe ich jetzt warte mal jetzt kommen wir hier oben zum kreuz oder die scheiß mushrooms genommen ich glaube die sind aber wertvoll weil die gibt's halt am seltensten muss man halt mal so seien da gerade durch den pelten oder ja ja das ist hier oben beim kreuz liegen drei konservendosen da oben 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 da 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 olhaる da sieht aus hier kann ich nicht mehr dass die magge hallo wenn du mich borschen oder weiß ja noch jemand 9 mm gebraucht 9 mm was mussten dann in den kalt reinladen ich glaube es ist jetzt ihr scheißegal bei der bude mann e kürz mich an der scheiß hier ist die nicht machen lassen den kerl wenn du da drinnen mal alles einfach hinschmeißt und das mit dem aufheben echt super beschissen gemacht ist also ich kann jetzt quasi mal ein er gerade mal eine wand nehmen die sich denn die hochschaffen was muss ich denn also die hier vorne ist muss quasi alles weg oder hallo hat die tür und so das muss quasi alles weg alte tür und hier vorne und so ich würde vielleicht jetzt hier vorne stehen lassen die tür das kleine naja da kann man dann hier reingehen und dann geht mal die hoch oder das inventory dann hier zu stehen nehmen wir können ja ist mir egal kann man so machen jeden fall müssen wir halt von hier oben anfangen aber dann ist halt hier sowieso die wände und ringsherum alles unterschiedlich ne also du hast dann halt keine einheitliche platte wo du halt anfängst ne ja das wird dann halt um die blühe zusammen gestücke deswegen na gut dann machen wir es weg hallo oh alter wo ist denn das so schwer weil die mich verarschen macht der josef eigentlich auch was oder steht ja bloß da der steht bloß da achso was denn das jetzt hast du das hier oben einfach hingelegt mit zu der munition in dem zeug ja das sind die kleine kleine wände 2 x 2 und 3 x 2 würde ich hier hinten hinlegen das ist das was ich hab ne ne ach ne ich hab ne 2 x 2 ne dann leg sie ja von dahin aufnehmen ja back up wall ja du musst du kurz warten aber du kannst also erstmal das aufheben was hier unten dort liegt da liegen ja schon einige sachen ach ne ich hab 3 x 2 ist hier hinten falls du hast josef du räumst das hin hier oben beim kreuz denn hier vorne ist 2 x 2 wände und hier hinten sind 3 x 2 wände und dann ist surfer nicht dort und alle alles weg ja deswegen sollten wir uns da mal was hier oben liegt ja auch noch was wir hatten das da oben jetzt hingepackt ich krieg's aber nicht kriegst du das hier oben was ach jetzt ich hab's jetzt hab's ich hab's ich hab's mal zwei band und da dahinter also bis weiter bin wir gespannt wie ich die jetzt auseinander bauen soll ohne dass die runter kracht jetzt hier waren die kleinen was sein wenn der arme weg war ja alles schätzt die türen herrlich denn die jetzt hallo hallo eine 2 x 1 1 stehen lassen oder dann bauen wir doch da oben die teile hat ja noch relativ verschoben wölfer gibt es irgendwo eine zweimal warum haben wir eine 2 x 1 wand was hallo ja das ist die eine die bei der tür steht die muss halt noch extra legen noch dann gibt es noch einmal zwei wand dann die die man hier drüben hinbauen können gleich als sichtschutz dann fürs schwein das ist das neue schwein dann halt